Jesus hat ja schon lange vorausgesagt, auch zu seinen Jüngern, ich habe euch das alles vorausgesagt, alles. Und der letzte Unterpunkt, der ist ganz kurz und eben auch der Abschluss. Und den nennen wir... Ja, einmal, es ist schon einige Jahre her, da durfte ich ein Praktikum machen in einem Freizeithaus. Und es war ein Praktikum im Rahmen der Bibelschulausbildung. Als ich dann aus dem Zug stieg, es war schon später Nachmittag, da holte der Praktikumsleiter mich ab und er fuhr mich dann zu diesem Haus. Und das ist ein großer Gebäudekomplex, alles verbunden auch mit unterirdischen Gängen, mit unterirdischen Korridoren. Und ich war natürlich müde und er zeigte mir da alle die Häuser. Wir gingen da unterirdisch von einem zum anderen. Und bei einer Räumlichkeit hat er dann gesagt, Philipp, morgen um sieben Uhr hier findet das Frühstück statt. Ich kam nie bei diesem Frühstück an. Planlos irrte ich im Untergrund dieser Gebäude umher und fragte mich, geht es jetzt hier lang oder geht es jetzt hier lang? Das sah auch alles gleich aus. Einfach schwierig, orientierungslos, hin- und hergetrieben. Und dieses Bild dieser Orientierungslosigkeit im Freizeitheim, das passt vielleicht so als Einstieg zu diesem Thema. Und wir versuchen es vielleicht auch so etwas durchzuziehen heute Morgen. Das Thema lautet Endzeit erkennen und verstehen. Und das führt uns auch zum ersten Punkt, Licht in der Dunkelheit. Und da können wir mal aufschlagen, die gelesene Stelle 2. Petrus 1, 19. Licht in der Dunkelheit. Ja, was ist dieses Licht? Die bekannte Stelle gibt uns Antwort, da heißt es. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das Licht in der Dunkelheit, es trägt den Namen, das prophetische Wort. Das Licht des prophetischen Wortes. Und wir lesen hier, dieses Licht, es ist unumstößlich sicher. Es ist absolut gewiss. Wo auf Erden haben wir das noch? Völlige Gewissheit. Wo gibt es das noch? Das gibt es doch gar nicht mehr. Wir merken, wie all die Selbstverständlichkeiten der vergangenen Zeiten immer mehr schwinden, wie sie zerbrechen. Scheinbare Selbstverständlichkeiten. Vieles, von dem wir dachten, es sei Normalität, das wird immer weniger normal. Und das wühlt uns auf. Das macht uns Angst. Ja, wo ist noch etwas völlig gewiss? Meine Lieben, das prophetische Wort ist es. Und da haben wir so einen ersten Unterpunkt. Unumstößlich sicher. Unumstößlich sicher. Wir leben in dieser Zeit des Durcheinanders. Eben, wir sagten es schon oft, dieser Durcheinanderbringer, der Teufel. Er ist am Werk. Die Zeit wird dunkler. Wir könnten sagen, eine Zeit der unterirdischen Korridore. Unsicherheit. Wo geht es lang? Sie fühlen sich vielleicht gestresst, unruhig, Ungewissheit. Was kommt noch? Antriebslos. Lustlos. Vielleicht auch in Bezug auf das geistliche Leben. Dem Forschen in der Bibel. Und besonders eben in den Medien. Da ist ja viel Panik. Die Menschen haben Angst. Bist du vielleicht wegen dem innerlich umhergetrieben? In einer geistlichen Krise? Und so lässt es uns ja wohl kaum durchhalten. Bis zum Tag der Entrückung. Vielen Dank auch für die Bibelstelle. Passt wunderbar. In Angst und Bange lässt es sich nicht durchhalten. Und da stellt sich doch die Frage. Ja, wie können wir dranbleiben? Wie können wir das? Was können wir tun, dass wir den Mut nicht verlieren? Bei all diesen Auf und Ab in unserem Alltag. Diesen geistlichen Kriser. Vielleicht auch dem Durchhänger eben, den wir haben. Es ist unumstößlich sicher, das prophetische Wort. Und wunderbar ist auch, wenn wir auf den Autoren blicken, Gott selber erzeigt, wie überlegen er ist in Jesaja 46, Vers 10. Wir haben das schon mal anderweitig erwähnt. Jesaja 46, Vers 10. Da heißt es, ich verkündige von Anfang an das Ende. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Also Gott sieht Adam, die Wiederkunft Jesu. Er sieht alles auf einmal. Und somit gibt es keinen besseren Ratgeber als ihn und somit sein Wort. Und da ist keiner, der uns Dinge zuverlässig offenbaren kann, als nur er allein. Und so herrlich wird doch das sichtbar im Buch Offenbarung. Da können wir mal lesen, Offenbarung 16, 17 als Beispiel. Offenbarung 16, Vers 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels. Vom Thron her, die sprach, es ist geschehe. Vom Thron her, also diese feierliche Ankündigung, es ist geschehe. Die Ratschläge Gottes erfüllen sich zu diesem Zeitpunkt. Die siebte Zornesschale wird ausgegossen. Und diese Geschehen münden dann ein in die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Interessant ist, es ist geschehe. Das steht aber eigentlich ja noch in der Zukunft. Aber für Gott ist es doch so, als wäre das alles schon Realität. So sicher ist es, dass sein Wort sich erfüllt. So sicher, dass alles eins zu eins so in Zukunft sich ereignen wird. Es ist so sicher, die Offenbarung gibt das ja als Erlebnisform wieder. Das müssen wir uns mal vorstellen. Er sieht Anfang und Ende mit einem Blick. Er sieht schon sämtliche Erfüllungen. Für Gott ist das heute schon Realität. Stellen wir uns das einmal vor. Und es ist doch interessant, überhaupt das Buch Offenbarung. Gott hätte doch dem Johannes einfach irgendwie in geschriebener Form oder im gesprochenen Text diese Dinge übermitteln können. Das hat er aber nicht gemacht. Gott führte das ihm so vor Augen, dass er alles miterlebt und durchlebt hat im Geist. Er sah das nicht nur, er war mittendrin statt eben einfach nur dabei. So sicher ist die Erfüllung des prophetischen Wortes. Da sitzt heute schon jede Handbewegung, könnten wir sagen. Johannes erlebte das alles. Er hatte Anteil mit seinen Brüdern. An all dem Leid, heißt es in Offenbarung 1. Also er war in der Zukunft bereits schon mit dabei. Absolut gewaltig. So macht das Gott. Oder denken wir an den Berg der Verklärung. Ist ja genau ähnlich. Die Jünger Petrus, so kann er schreiben, es ist gewiss, hier in 2. Petrus 1,19. Er sah mit eigenen Augen den Elia. Er sah mit eigenen Augen Mose und Jesus. Völlig lichtdurchglänzt. Er sah die Zukunft in der Realitätsform. Also fester können wir ein Wort nicht machen. Wir können auch Gottes Wort nicht fester machen, als sie sind. Aber Gott macht das so fest in seiner Art und Weise. Warum macht er das? Damit wir erkennen. Damit wir erkennen. Dieser Gott gibt uns nämlich das herrliche Licht des prophetischen Wortes. Damit wir erkennen. Das heisst auch, damit wir uns auskennen. Bei ihm ist alles schon Realität und deshalb ist das Wort Gottes, das prophetische Wort, unumstösslich sicher und absolut gewiss. Daran dürfen wir uns klammern, wie ein Rettungsboot in den Wellen. Und in seinem Wort zeigt Gott, wie er alles zu seinen Zielen bringt. Und dann heisst es weiter in 2. Petrus 1,19 Achtet auf das prophetische Wort. Ihr tut gut daran, darauf zu achten. Gewissheit, erkennen, auskennen, das bedeutet Ruhe zu haben. Gott hat alles in seinen Händen und deshalb die Frage an uns. Studieren Sie, studierst du, studiere ich das prophetische Wort? Lesen wir die Bibel auch heilsgeschichtlich? Wie Gott verfährt? Danke, Fredi, auch dir für das wunderbare Grußwort. Das war sehr interessant. Hilft auch beim Beten. Wie Gott verfährt mit Israel, mit den Nationen, Völkern, mit der Gemeinde, mit uns als Leib Christi. Oder lesen wir die Bibel vielleicht einfach nur? Nur, das gehört auch dazu, aber vielleicht nur alles auf uns bezogen? Was hat Gott jetzt für mich in der kommenden Woche? Was ist jetzt für mich und für mich und für mich? Sollte das der Fall sein, dann müssen wir leider festhalten, dass sie wahrscheinlich bildlich gesprochen, und das sage ich auch zu mir, niemals beim Frühstück ankommen werden. Das führt zu Orientierungslosigkeiten, das führt zu Ängsten, eben diesen Wellenbädern der Gefühle. Die Bibel immer nur praktisch anzuwenden, losgelöst von Zeitempfänger, Autoren, also Schreiber, den Gott gebraucht hat, das hat ungute Folge. Und natürlich gehört es eben auch dazu, aber die Bibel ist der Leitfaden durch die ganze Welt und Menschheitsgeschichte hindurch, mit dem herrlichen Zentrum Jesus Christus. In ihm ist alles begründet, auch für die heutigen Tage. Gottes Kompass für sie ganz persönlich, für mich. Die Bibel ist der Heilsplan Gottes, der Plan dessen, der alles überblickt, Anfang und Ende. Und uns hat er diesen Plan anvertraut. Stellen wir uns doch das einmal vor. Warum wohl? Damit wir wissen, damit wir uns auskennen, damit wir erkennen und so auch gut durchhalten können, in aller Ruhe bis zur Entrückung. Und darauf zu achten, heisst, sich gewisslich eben damit auseinanderzusetzen. Wir können mal aufschlagen, 2. Timotheus 2,15. Darauf zu achten, heisst, sich gewisslich damit auseinanderzusetzen. Da sagt Paulus zu Timotheus, in 2. Timotheus 2,15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also eifrig danach zu streben, sich Gott als bewährt zu erweisen, sein Wort zu forschen, in der Reife zu wachsen, zu standhaften Männern, zu standhaften Frauen Gottes, auch in der heutigen Zeit, es richtig zu teilen. Und hier im Grundwort, da steht nicht austeilen in dem Sinn, sondern orthotomeo, das heisst schneide. Schneide, zu unterscheiden, ja, welche Bibelstelle gehört wohin? Was ist wie gemeint? Was bezieht sich auf Israel? Was bezieht sich auf die Gemeinde, auf die Trübsal? Auf die Wiederkunft Jesu? Was ist wie gemeint? Das verschafft uns Klarheit, bei all dem medialen Wirrwarr auch. Und nun, wenn wir weitergehen in 2. Petrus 1,19, da verrät uns Petrus auch, ja, bis wann braucht es denn das Licht des prophetischen Wortes? Und wir finden da die Worte, bis der Tag anbricht. Also das heisst, bis der Tag anbricht, bis es hell wird. Wir lasen in 2. Petrus 1,19 eben, ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht. Ja, was bedeutet hier das Wort Tag? Der Tag bedeutet in diesem Fall hier die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus zur Aufrichtung des Königreiches hier auf Erden. Bis zur Wiederkunft Jesu. Bis es Tag wird. Und was ist es dann heute? Heute ist es Nacht. Heute ist es Nacht. Und was herrscht zur Zeit der Offenbarung? Da herrscht auch tiefste Nacht, dunkle Nacht. Als Christus geboren wurde, da ging ganz kurz die Sonne der Gerechtigkeit auf und dann ging sie direkt wieder unter. Sie haben ihn gekreuzigt. Sie wollten ihn nicht haben. Und Christus, wir lasen es, er kommt als Morgenstern wieder. Das ist ja das erste Licht überhaupt, welches aufgeht in der tiefen Nacht. Zuvor, da bleibt es dunkel. Für uns nochmals als Erinnerung, auch schon oftmals genannt worden. Deshalb sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, Weil wir als Leib Christi in Jesus sind, sind wir bereits schon Kinder des Tages. Wir gehören also nicht dieser Nacht an. Ein herrliches Privileg, das wir haben in unserem Herrn Jesus. 2. Petrus 1, 19 bezeichnet also das prophetische Wort als Licht an einem dunklen Ort. Bis zur Wiederkunft Jesu. Und darauf zu achten, in der Erkenntnis zu wachsen, bedeutet demnach, Orientierung zu haben. Da möge es auf der Welt drunter und drüber gehen, wir haben einen festen Stand, wir haben einen festen Grundboden, der nicht erschütterlich ist. In der großen Nacht damals, da fanden die Hirten das Ziel, Jesus, sie hatten Orientierung. Weshalb? Wegen dem Licht des Sternes am dunklen Himmel. Sie waren ausgerichtet, hatten den Blick auf dieses Licht. Sie hatten Orientierung. Passend können wir sagen, eben das Licht des prophetischen Wortes. Es führt uns immer über und zu Jesus Christus. Die Hirten kamen zu Jesus. Für uns bedeutet das Ausgerichtetsein auf dieses Licht wieder, wie auch schon gelesen, das war auch nicht abgesprochen, das ist herrlich. So tröstet nun einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 4,18 Ausgerichtetsein auf die Hoffnung der Entrückung. Dann sind wir alle Zeit unzertrennlich bei Jesus. Und deshalb lasst uns uns gegenseitig ermutigen, bei Prophetie nicht müde zu werden, sondern zu sagen, wir wollen miteinander ausharren, indem wir achten auf das Licht dieser dunklen oder in dieser dunklen Welt. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt. Darauf zu achten, heisst eben nicht nur auf das Positive zu schauen, sondern auch auf das Negative, auf das Böse. Das Licht brauchen wir nicht im Licht, sondern wir brauchen das Licht besonders eben im Dunkeln. Und das prophetische Wort gibt uns somit Licht auch für alle dunklen Wege. Und da sind wir bei zweitens, heilsgeschichtliche Nacht. Ja, viele Menschen haben ja Angst im Dunkeln und besonders natürlich Kinder, auch unsere Kinder, sie brauchen zum Schlafen immer wieder ein kleines Licht. Und manchmal staune ich selbst im Tiefschlaf, wenn ich dann das Licht ausknipse, da merken die das sehr bald und beginnen zu weinen. Es ist sehr unangenehm, im Dunkeln zu sein. Wahrscheinlich ist keiner von uns gerne im Dunkeln. Und teils ist das ja auch gefährlich. Wer nutzt Dunkelheit aus? Ja, Räuber nutzen sie aus. Man weiss nicht, was einem begegnet. Vielleicht geht man in einen Gegenstand hinein oder man tritt in ein Loch oder man stolpert über eine Wurzel. Also Dunkelheit ist gefährlich. Und oftmals auch, wenn wir so allein im Dunkeln gehen, ah, ist da jemand im Gebüsch? Will der mir etwas Ungutes antun? Und so ganz das Gegenteil ist es ja, wenn alles hell und wunderbar beleuchtet ist, dann fühlen wir uns angenehm, wir fühlen uns sicher. Und genau ein solches Licht gibt uns eben das biblisch-prophetische Wort, auch in den dunklen Korridoren, in den unterirdischen Gängen. Das Licht biblischer Prophetie beleuchtet uns diese. Sie zeigt uns alles ganz unverblümt auf, all das Böse, auch was alles noch geschehen soll und muss. Und das führt uns zu einem Unterpunkt, die Himmelreichsgleichnisse aus Matthäus 13. Wir wollen diese nämlich mal mit diesem Licht bewusst beleuchten. Und da haben wir ein Beispiel, wie es uns eben hilft, die unterirdischen Korridore, auch das Böse, was noch geschehen soll, aktiv zu studieren. Die Frage ist zunächst, ja, warum hat Jesus in Gleichnissen gesprochen? Damals, als Jesus geboren wurde, wir müssen kurz zusammenfassen, er aufwuchs, diente, seinen Leidensweg bestritt. Wir erinnern uns, da taten nicht massenweise Menschen Busse in Israel. Nur wenige haben sich umgesinnt, angesichts, wie es Jesus predigt in Matthäus 4, des nahe herbeigekommenen Königreiches. Die Pharisäer und Schriftgelehrten unterstellten Jesus ja sogar, dass die Wunder, die er wirkte, im Namen Belzebuls, des obersten Dämonen, gewirkt seien. Dabei, und das wussten sie ja haargenau, standen diese Zeichen und Wunder, die Jesus tat, völlig in Bezug zum messianischen Königreich, weil die Juden wussten, dass diese Wunder nur der Messias tun kann. Das war nicht eine unwissentliche Ablehnung von Jesus. Nein, sie wollten nicht. Und das sehen wir heute auch. Rebellion gegen Gott, das ist nicht Unkenntnis. Das ist immer bewusst. Sehen wir auch bei der Geschlechterfrage zum Beispiel. Alles bewusste Entscheidungen gegen Gott. Und das war damals mit dem Messias genauso. Und wichtig ist auch zu sehen, ja, schon im ganzen Alten Testament, da war das Ziel, dieses Königreich mit Israel auf der Erde zum Zeugnis aller Nationen. Und das riss im Wechsel zu den Evangelien auch nicht ab. Nach diesen 400 Jahren Schweigen Gottes, da erhielt Zacharias die erste Botschaft an Israel gerichtet. Und Zacharias bedeutet, Gott erinnerte sich. Elisabeth heisst an den Eid Gottes. Gott erinnerte sich ans Alte Testament, an den Eid mit Israel. Er greift den Faden dort auf, an diesem Tiefpunkt, bei dem sie im Buch Malachi stehen geblieben sind. Und somit geht das nahtlos ineinander über. Aber immer nur Minderheiten haben Busse getan. Und deshalb begann Jesus als Gericht in Gleichnissen zu sprechen. Und die brennende Frage ist natürlich nun, über was hat er im Kontext gesprochen? Um was ging es in den Gleichnissen? Und besonders im Matthäusevangelium erkennen wir, es geht um Israel. Es geht um Israel. Jesus wurde gekreuzigt als König der Juden. Er wurde als Baby angebetet, als König der Juden. Das Königreich des Himmels, das messianische Reich war die Erwartung. Erinnern wir uns an die Emmausjünger? Die konnten mit dem gar nichts anfangen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Die Erwartung war ganz eine andere. Und nun, viele sehen die Bedeutung der Gleichnisse als positiv. Ich persönlich würde sie negativ einordnen. Christus predigt in den Augen vieler, was alles diese Gleichnisse, was allem sie im positiven Sinn gleiche, wie es sich positiv entwickelt. Aber das glaube ich nicht, denn, dass dieses Reich kommt, das wissen wir aus Jesaja, das wissen wir aus Hesekiel, wir finden kapitelweise und sehr detaillierte Angaben zu diesem Königreich bereits schon im Alten Testament. Und die Emmausjünger als Beispiel, die hatten genau diese Erwartung, dass das jetzt kommt. dass dieses Reich kommt, das war gar kein Geheimnis. Warum hätte Jesus über etwas, was langläufig bekannt war, in Gleichnissen sprechen sollen? Vielmehr zeigt uns doch Christus nun auf, in Form dieser Gleichnisse, wie die Zeit der Verblendung Israels sich entwickelt, dass eben dieses Reich noch gar nicht kommt. Die Entwicklung der gesamten heilsgeschichtlichen Nacht, ausgehend von Israel, ausgehend von Israel wurde es Nacht und ausgehend von Israel wird es einst auch wieder Tag. Der negative Verlauf war unbekannt, das zeigt übrigens auch Apostelgeschichte 1, Vers 6, wo die Apostel Jesus direkt fragen, ja, wann stellst du jetzt das Königreich her, das muss doch jetzt sein? Und nun drei Beispiele, wo ich glaube, dass wir das finden, dass die Gleichnisse im negativen Sinn zu verstehen sind, also für die Zeit der Verblendung Israels stehen, finden wir zum Beispiel in Matthäus 13, 33. Das können wir mal aufschlagen. Matthäus 13, 33. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauertag, den eine Frau nahm und heimlich in drei Schäffel Mehl hinein mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Also meine Lieben, das ist doch nichts Positives. Und Sauerteig, wenn wir Bibel mit Bibel auslegen, dann steht doch Sauerteig stets für Bosheit, für falsche Leere, für Ungutes, was da drunter gemischt wird. Wir erinnern uns an Paulus Aussage aus 1. Korinther 5, Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 1. Korinther 5, Vers 6. Warum sollte Sauerteig nur hier in den Gleichnissen positiv gemeint sein, wenn es sonst in der übrigen Schrift steht, jetzt negativ zu verstehen ist? Das Reich der Himmel gleicht diesem König, dieses Königreich, dem durchsäuerten Teig, der mal gut angefangen hat und dann durchsäuert wurde. Und damals in der Gegenwart und auch in der Zukunft, wenn es mit Israel dann wieder weitergeht, in der Offenbarungszeit, da wird das genauso immer noch Sauerteig sein. dann zum Beispiel auch das Gleichnis des Senfkorns aus Matthäus 13 31 Dieses Gleichnis, es zeigt uns doch das schnelle Wachstum, das schnelle Wuchern des Reiches, das mal gut angefangen hat. Eigentlich wird Senf niemals sehr groß, es ist ein kleines Gewächs. Was wir hier aber finden, das ist Wucher, das ist ungut. Und da ist ja die herrliche Parallele zu Daniel Kapitel 4, Nebukadnezars Traum, wo er träumt, wie er und sein Reich für alle Tiere und für alle Sorgen, alle abhängig von ihm. ist fast der genau gleiche Wortlaut. Und interessant eben, ich habe mir sagen lassen, ein Kleingärtner, der Kohlgewächse anpflanzt, der will keinen Senf in diesem Gemüsegarten haben, weil Senf ein Übertrager ist von Kohlhernie, eine Krankheit, die Kohlgewächse zerstört. Also dieses Gleichnis zeigt aus meiner persönlichen Sicht auch eine solche Entartung. Und noch deutlicher wird es, wenn wir uns nochmals durchlesen, Matthäus 13, 24 bis 30. Das Gleichnis des Weizens und Unkraut. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammen lesen? Er aber sprach, nein. Damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt, lasst beides miteinander wachsen, bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Hier erkennen wir doch, dass alle Gleichnisse genau die damalige Gegenwart Jesu oder beziehungsweise Israels und die Entwicklung der Zeit über die Beiseitesetzung Israels aufzeigen bis hin zur Ernte. Beim Weizen und Unkraut heißt es, das Reich gleicht einem Menschen, der guten Samen Säte. Bis hierhin ist es gut. Gott hat dieses Reich geplant und es hat einen Anbruch mit der Geburt Jesu erlebt. Im gleichen Atemzug heißt es aber, dass ein Feind kam und Unkraut säte. Das heißt, das Reich gleicht nicht nur dem guten Samen, sondern auch einer kam säte guten Samen und ein anderer kam und säte schlechten Samen. Beides gehört zum Vergleich dazu. Auch der Feind säte, haben wir gelesen. Wir halten fest, die Gleichnisse zeigen diesen Verlauf des Reiches, dieser Negative, das war bis zum Zeitpunkt dieser Gleichnisse unbekannt. Die Erwartung war eine andere, eben aus Jünger, Apostelgeschichte 1, Vers 6. Und so gibt uns das prophetische Wort eben Licht für den Verlauf der heilsgeschichtlichen Nacht. Wir sehen, da wächst Ungutes und behalten wir im Hinterkopf, die grösstmögliche Verherrlichung erhält Gott am Ende, wenn das Maximum an Böse ausgewachsen dasteht, gegen das Maximum an Gutem, welches da steht, wenn Jesus wiederkommt. Und Gott bereitet dem Bösen ein Ende. Deshalb ist es zu früh, das Unkraut zusammenzulesen. Und das führt uns zum zweiten Unterpunkt, die Zeit der Nacht. Diese Nacht, eben sie begann mit der Kreuzigung Jesu, spätestens seit er in den Himmel fuhr. Bis wann, haben wir gesagt, 2. Petrus 1,19 bis der Tag anbricht, also Offenbarung 19, wenn Christus wiederkommt. Wer ist in dieser Nacht? Die ganze Nationenwelt vorangehend, Freddy Winkler hat das so schön ausgedrückt, so treffend mit der Speerspitze auch, also die ganze Nationenwelt, Israel, alle sind in dieser tiefen Nacht. Das Unkraut wächst weiter, es wächst auch heute, das sehen wir zunehmend. Die Zeit, in der wir leben, Zeitalter der Gnade, Gott sammelt den Sohn für seinen Leib, ungeachtet Herkunft, Knechte oder Freier, alle sind gleich, die an Jesus glauben, eins. Aber diese Zeit, in der wir jetzt leben, in dieser heilsgeschichtlichen Nacht, sie ist eine Zeit eben der Ausreifung des Bösen, das geht weiter, das Unkraut, es soll wachsen und das Licht zeigt uns, dass wir, wir können uns auskennen im Dunkeln, erkennen und verstehen. Wenn wir uns da nochmals auch wiederholend einige Charaktereigenschaften des gegenwärtigen Zeitalters herausstellen, dann merken wir das. Wir merken, die Zeit wird dunkler, wie Regierungen, Menschen vernebelt werden, immer mehr als Werkzeuge dienen, den finsteren Mächten, immer realitätsfremder, antigöttlicher Handeln, Gemeinheiten in der Gesellschaft, Übeltaten an Übeltaten, das sind ja jeden Tag Dutzende Einzelfälle, von denen wir in den Medien lesen. Aber das ist uns doch somit nichts Neues. Wir wissen denn, wir sehen es im Wort Gottes, weil wir ein Licht haben. Finsternis ist der Charakter dieser Zeit und das war schon damals so, Jesaja 65, 2, da sagt Jesaja, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Dann Epheser 6, Vers 12, auch heute, da sehen wir aufgelistet, die geistlichen finsteren Mächte, auch Daniel 10, Römer 13, 12, die Nacht ist weit fortgerückt. Da die Frage nochmals, ja was erwarten wir von unserer Welt, was erwarten wir von Menschen, was erwarten wir von Firmen, von einer Wirtschaft, die nicht Gott angehört. Wir erleben, wie Menschen immer mehr verführt werden, wie sie besessen sind und beherrscht von Selbstsucht, von Lüge, Geldsucht, Genusssucht, Hochmut, Lieblosigkeit, falschem Ehrgeiz, Selbstgerechtigkeit, erkennen wir alles. Das Unkraut, es wächst. Aber wir haben Orientierung. Nutzen wir dieses Wissen und nehmen es als Anregung auch bewusst, das prophetische Wort zu studieren, damit wir uns auskennen in diesen unterirdischen Korridoren. Und wir wissen es, Satan, er hat es vor allem auf einflussreiche Persönlichkeiten abgesehen, die er benutzt, indem er das Denken beeinflusst, indem er sie vernebelt, die falsche Dinge lehren und falsche Dinge sagen. Politiker, Lehrer, die Wissenschaft, die Dinge gebraucht durch Gott. Und Epheser 2, 1 und 2, die sagen ja genau auch diese Verse, dass der Satan in den Söhnen des Ungehorsam wirkt. Und bei Israel war es auch immer so, war die Regierung gottlos und moralisch weit unten, dann war es das Volk genauso. Trotzdem, da sein Erweckungskönig da war, alles wieder zurechtgerichtet hat, da kam ein neuer Regent, gottlos, antigöttlich und dann sank das rapid wieder ins Tal. Und das erleben wir heute, wie diese Gesetzlosigkeit am Wirken ist, wie sie offenbarer wird. Und das wissen wir, wir brauchen bei nichts, was die Medien uns schildern, irgendwie zu erschrecken oder überrascht zu sein. Absolut nicht. Und somit eben auch nochmals auch die Parallele, wie Daniel doch gelebt hat in dieser antichristlichen Zeit damals. Es ist nicht unsere Aufgabe, gegen diese Bewegungen und Entwicklungen irgendwie Sturm zu laufen. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Messias jetzt in irgendeiner Partei zu suchen. Gibt es sowieso nicht. Alles Menschen. Und das schwappt von rechts nach links politisch und wieder zurück. das zeigt uns die ganze Geschichte. Es wird erst gut, wenn Jesus kommt. Vorher wird das nichts. Und was würde uns das aufhalten, das zu versuchen bringen? Es würde uns nichts bringen, höchstens vielleicht ein Burnout, weil global schaffen wir das nicht. Unmöglich. Wir sollen unseren Glauben leben, dort wo wir wohnen, treu sein für die Menschen um uns herum in der Verantwortung, die wir bekommen haben. Und übrigens gegen diese Entwicklungen sich aufzulehnen, wenn wir das alles lesen mit dem Unkraut oder eben in der Offenbarung immer wieder die Betonung, es muss geschehen, ja dann ist es doch auch ein Stück weit ein Auflehnen gegen Gottes Plan, wenn wir das versuchen aufzuhalten, ist das nicht. Und Gott, der Anfang und Ende mit einem Blick sieht, der müsste einmal mit dem Finger schnitten und dem ganzen Treiben wäre ein Ende gesetzt. Und oftmals geschieht das dagegen Ankämpfen auch deshalb, weil wir uns vielleicht zu wenig in der Schrift auskennen. Und das sagen wir uns alle auch zu uns selbst, das hat dann auch mit Unreife zu tun und deshalb ermahnen uns Paulus und andere das Wort Gottes zu forschen, darin zu wachsen, eben standhafte Männer und Frauen Gottes zu sein, die Bibel nicht zu lesen, das bringt riesige Schwierigkeiten mit mit Es darf uns ermutigen, dass doch alles, so schrecklich die Dinge auch verlaufen, dass wir Orientierung haben dürfen. In dieser Ruhe auf Gott warten, auf Jesus warten, auf seine Zeitpunkte warten, der Lenker der Heilsgeschichte ist Gott selber. Und nun kommen wir zum Schluss. Jesus hat ja schon lange vorausgesagt, auch zu seinen Jüngern, ich habe euch das alles vorausgesagt, alles. Und der letzte Unterpunkt, der ist ganz kurz und eben auch der Abschluss und den nennen wir die Ernte. Die Ernte. Das Unkraut muss wachsen bis zur Reife, über heute die Trübsal bis zu einem spezifischen Punkt. Und da stellen wir uns als Frage, ja wann beginnt denn diese Ernte? Eben sie ist nicht unsere Sache, es ist ja auch so beruhigend, es ist ja auch immer schön über all das, was man nicht muss im Leben. Die Ernte, das ist nicht unsere Sache, da dürfen wir völlig gelassen sein. Wann beginnt die Ernte? Sie beginnt nicht erst bei der Wiederkunft Jesu, sondern sie mündet dann dort ein, die Wiederkunft ist der Gipfel. Und wir finden die Ernte und wir schlagen die letzte Bibelstelle auf, Offenbarung 14, 14 bis 16. Und ich sah und siehe eine weisse Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich, ist auch sehr interessant, für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Interessant, das heißt, Jesus erntet schon vorher, wenn er noch im Himmel ist, weil er wirft die Sichel auf die Erde. Das heißt, in den Gerichten der Trübsal, vielleicht können wir sagen, in den Zornesschalen Gerichten, das ist auch schon Ernte, von denen wir dann lesen, ab Kapitel 16. Und eben diese münden dann auch in die Wiederkunft Jesu ein und wir wissen, dass er selber mit dem Schwert auch richten wird. Und wir sehen somit, der Zeitpunkt der Ernte steht fest. Und was entdecken wir auch eben für dich? Die Ernte ist Sache unseres Herrn Jesus. Christus hat die Sichel in seiner Hand. Er hat die Gerechtigkeit völlig in seinen Händen. und Gesamthaft können wir sagen, du und ich, wir dürfen einfach gelassen sein. Tief durchatmen und sagen, jawohl, du Herr machst das alles richtig, auch das, wie es heute läuft, du machst alles gut, weil wir wissen, alle Schachzüge des Teufels dienen am Schluss der Verherrlichung Gottes. Die dunkelste Stunde war, als Jesus am Kreuz starb, verlassen war vor Gott und durch diese Stunde hat sich Gott am allermeisten verherrlicht. Spurgeon sagte, und damit wollen wir schliessen, dem Herrn im Licht zu vertrauen ist einfach, dem Herrn im Dunkel zu vertrauen, das ist wahrer Glaube. Amen.